Bhagavad Gita, Vers 3.17 Wer jedoch im Selbst Freude findet, im Selbst erleuchtet ist, allein im Selbst zufrieden und völlig im Selbst befriedigt ist, hat keine Pflicht zu erfüllen. Erklärung Ein Mensch, der völlig Krishna bewusst und durch seine Handlungen im Krishna-Bewusstsein vollauf zufriedengestellt ist, muss keine Pflicht mehr erfüllen. Da er Krishna bewusst ist, ist alle Unreinheit in seinem Inneren fortgewaschen. Ein Ergebnis, das sonst nur durch tausende von Yajjas erzielt werden kann. Wenn sich das Bewusstsein auf solche Weise erhält, erkennt man klar seine ewige Position in Beziehung zum Höchsten. Durch die Gnade des Herrn wird daraufhin die Pflicht von innen her deutlich und daher ist man nicht länger verpflichtet, den vedischen Unterweisungen zu folgen. Solchen Krishna-bewusster Mensch ist nicht länger an materielle Aktivitäten interessiert und er freut sich nicht länger an materiellen Genüssen wie Wein, Frauen und ähnlichen Verlockungen.